Durch ein einfaches Beispiel werden wir die Begriffe abhängige Ereignisse und unabhängige Ereignisse schnell verstehen und korrekt definieren können. Das Beispiel ist dieses. Aus einer Urne, die vier blaue und drei rote Kugeln enthält, kann man zwei Kugeln auf zwei verschiedene Arten entnehmen, mit oder ohne zurücklegen. Wir werden beide analysieren und stellen uns die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit werden die zwei gezogenen Kugeln gleichfarbig sein. Schauen wir zuerst im Fall mit Zurücklegen. Wir starten und ziehen die erste Kugel. Die Wahrscheinlichkeit, eine rote zu ziehen, beträgt drei günstige Fälle auf insgesamt sieben mögliche Fälle. Und die Wahrscheinlichkeit, eine blaue zu ziehen, beträgt vier günstige Fälle auf insgesamt sieben mögliche Fälle, also vier Siebtel. Stellen wir uns jetzt vor, beim ersten Zug haben wir eine rote gezogen und legen die jetzt wieder zurück. Und jetzt ziehen wir zum zweiten Mal. Beim zweiten Zug können wir wieder eine rote oder eine blaue ziehen. Und da wir die Kugel zurückgelegt haben, ist die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Zug eine rote zu ziehen, wieder gleich zu drei Siebtel. Und die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Zug eine blaue zu ziehen, die ist wieder vier Siebtel. Wenn wir beim ersten Zug eine blaue gezogen haben und die dann auch wieder zurücklegen, so können wir beim zweiten Zug wieder eine rote oder eine blaue ziehen. Die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Zug eine rote zu ziehen, das ist genau dieselbe Wahrscheinlichkeit wie die da, wir haben die Kugel ja zurückgelegt, also drei Siebtel. Und die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Zug eine blaue zu ziehen, die liegt wieder bei vier Siebtel. Jetzt schauen wir ohne zurücklegen. Wir starten, die Wahrscheinlichkeit, eine rote beim ersten Zug zu ziehen, die beträgt drei Siebtel. Und die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Zug eine blaue zu ziehen, die liegt bei vier Siebtel. Stellen wir uns jetzt vor, wir haben beim ersten Zug eine rote gezogen und legen sie beiseite. Wir legen sie nicht zurück in die Urne. Beim zweiten Zug können wir wieder eine rote oder eine blaue ziehen. Die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Zug eine rote zu ziehen, die liegt jetzt bei zwei günstigen Fällen auf insgesamt sechs mögliche Fälle. Das heißt zwei Sechsten. Und die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Zug eine blaue zu ziehen, die liegt bei vier günstigen Fällen auf insgesamt sechs mögliche Fälle, also vier Sechsten. Stellen wir uns jetzt vor, wir haben beim ersten Zug eine blaue gezogen und legen sie nicht zurück, ohne zurücklegen. Beim zweiten Zug können wir jetzt wieder entweder eine rote oder eine blaue ziehen. Die Wahrscheinlichkeit, hier eine rote zu ziehen, die beträgt drei günstige Fälle auf insgesamt sechs mögliche Fälle, also drei Sechsten. Wir sehen hier, dass die Wahrscheinlichkeiten vom zweiten Zug vom Ergebnis des ersten Zuges abhängen. Man sagt dann hier, diese beiden Ereignisse seien abhängig voneinander. Wogegen hier in diesem Fall mit zurücklegen, hängen diese Wahrscheinlichkeiten vom zweiten Zug nicht vom Ergebnis des ersten Zuges ab. Hier sagt man, die Ereignisse seien unabhängig. Wir definieren sofort allgemein und sagen, zwei Ereignisse sind unabhängig, wenn die Verwirklichung des einen keinen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit des anderen Ereignisses hat. Ansonsten sind sie abhängig. Hier sind die Ereignisse unabhängig, wogegen hier sind sie abhängig voneinander, weil diese Wahrscheinlichkeiten vom Ergebnis des ersten Zuges abhängen. Um jetzt diese Wahrscheinlichkeiten in beiden Fällen zu berechnen, wir erinnern uns, längs eines Baumdiagramms multipliziert man die Wahrscheinlichkeiten miteinander. Das haben wir im vorigen Tutorial so feststellen können. Also im ersten Fall, um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, zweimal dieselbe Farbe gezogen zu haben, suchen wir also die Wahrscheinlichkeit von R1 geschnitten mit R2, vereinigt mit B1 geschnitten mit B2. Wir suchen diese Wahrscheinlichkeit. Da diese beiden Ereignisse R1, R2 und B1, B2 nicht gleichzeitig stattfinden können, ist ihr Schnitt leer. Und durch Kolmogorov 2 wissen wir, wenn der Schnitt zweier Ereignisse leer ist, dann kann man die Wahrscheinlichkeit ihrer Vereinigung berechnen durch die Summe der einzelnen Wahrscheinlichkeiten, was wir auch hier tun. Die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung dieser beiden Ereignisse der Schnitt leer ist, darf durch Kolmogorov 2 berechnet werden, als Summe der zwei einzelnen Wahrscheinlichkeiten. Aber diese Wahrscheinlichkeit hier, die berechnet sich durch 3 Siebtel mal 3 Siebtel. Und diese Wahrscheinlichkeit hier, die berechnet sich durch 4 Siebtel mal 4 Siebtel. Und diese beiden Produkte müssen dann noch addiert werden. So, das ergibt dann, in diesem Fall mit Zurücklegen, als Wahrscheinlichkeit zweimal dieselbe Farbe gezogen zu haben, 25,49. In diesem Fall ohne Zurücklegen berechnen wir die gleiche Wahrscheinlichkeit, zweimal dieselbe Farbe gezogen zu haben, also Vereinigung von diesem Ereignis und diesem Ereignis. Wir rechnen also die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung dieser beiden Ereignisse. Diese beiden Ereignisse haben als Schnitt die leere Menge, weil sie ja nicht gleichzeitig stattfinden können. Entweder wir haben dieses Ereignis oder wir haben das da. Die können nicht gleichzeitig stattfinden. Deshalb ist ihr Schnitt leer. Und durch Kolmogorov 2 können wir die Wahrscheinlichkeit ihrer Vereinigung berechnen als Summe der zwei einzelnen Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit von R1 geschnitten mit R2, die berechnen wir durch 3 Siebtel mal 2 Sechstel. Und die Wahrscheinlichkeit von B1 geschnitten mit B2, die berechnen wir durch 4 Siebtel mal 3 Sechstel. Also ergibt das die Summe von diesen zwei Produkten und in dem Fall ohne Zurücklegen erhalten wir also als Wahrscheinlichkeit zweimal dieselbe Farbe gezogen zu haben, 3 Siebte.